hallo und herzlich willkommen bei red dog campbell ich bin heute wieder auf die jagd nach dem ticket und heute habe ich das spiel stellar age und ich habe mal wieder eine maus gewonnen wie ihr gewinnen könnt wenn ihr wollt dann müsst ihr einfach rein schreiben ich möchte die maus haben und warum ihr diesen youtube kanal schaut und die müssen deutschland leben ja dann geht es mal hier wieder weiter mit star age bisschen laut ist mein headset wahrscheinlich ja ich wurde natürlich mal wieder gestern kaputt geschossen ich habe keine materialien mehr so ein mist so ein mist 15 10 und 10 fürs nächste raumschiff ok machen wir gleich erst machen wir zwei stück fertig damit ich meine dailies fertig kriege da habe ich ja jetzt alles bei verteidigung den größten plasmaturm hier geht es nicht mehr weiter jetzt bin ich dabei beim angriff den hier zu holen aber brauche natürlich erst den vorher zehn stunden wo gut gut dann schauen wir mal weiter da dann schauen wir mal weiter zusammen Freedom Abgeschlossen, schön. So, jetzt bin ich hier einmal kurz am produzieren. Ach, mein Daily geht hier noch gar nicht los, erst um 5 Uhr. So eine Mist. Das ist noch die Daily von gestern. Ich könnte jetzt noch die drei fertig machen, aber das bringt mir nichts mehr. Bin ich denn alleine online oder ist noch ein anderer hier? Ja. Ups, da war die falsche. Ähm. Schauen wir mal, wieviel aus der Gede online sind. Ach, da ist Unternehmen. Unternehmen, Mitglieder. Hier ist keiner online. Hier ist nur einer online. Das bin ich. Keiner online. Keiner, keiner, keiner. Also, nur ich bin online. Ich brauche die hier. Ganz viel. Dann werden wir uns mal davon welche holen. Jetzt müssen wir erstmal kurz gucken, welcher am besten ist. Einmal kleine Jäger sind hier und oder schwere Jäger und die hier sind beim Feind. Was sind meine ganzen? Schweren Transporter hin? Hm. So ein Mist. Die ganzen Schweren Transporter sind kaputt. Okay. Dann kann der weg. Dann weg. Dann weg. Dann weg. Dann weg. Dann weg. 3 normal war hier mein Feind hat er ja schon wieder weg von wem wurde ein bastian angegriffen ja schon wieder weg Hm. Gleich bin ich da. Gleich bin ich da. Juhu. Meine Quest ist fertig. Wir wollen noch 72.000 und jetzt habe ich fast eine Million. Gleich greifen wir den hier an. Was kann ich für dich? Was kann ich für dich? Die Missiles will die by Missiles. Was kann ich für dich? Da ist ein Level 14. Ob ich den schaffen würde? Ich weiß es nicht. Da ist einer. Ach komm, 2%. Ich nehme Kyloch. Es ist okay. Was kann ich für dich? 6%. Okay. Ich habe den besten Job. Ja. 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 Ah, der ist ein bisschen weit weg. Dann machen wir es einfach mal. Ich suche davon ein. 14er. Ah, ich kann noch nicht hören wie 14. Komm, schneller. Noch 53 habe ich dann. Okay. Uh. Warte mal. Warte mal. Doch, läuft noch. Wollte ich schon sagen. Wollte ich schon sagen. Hatte nur das hier gesehen. Wo ich gerade weggedrückt habe. Warte mal, warte mal. Da muss man doch mal gucken. Hm. Hm. Stufe 14. Jawohl. Kann ich jetzt der Stufe 15 angreifen? Wow, nice. Genau vor der Austür. Genau das wollte ich doch. Nein. Oh, schön. Zack, 4 Millionen. Das ist doch mal richtig nice. Eine Quest gibt es da auch nicht von. Schade. Die einzigste Quest hier. Lieferung Beute von Ressourcen und Wolken zur Basis. Okay. Wo ist denn eine Wolke? Hier ist nirgends von eine Wolke. Komm, ganz schnell. Elf Sekunden. Da. Eine Wolke. Ach, ne. Oder ist das mit den kleinen Schiffen schneller? Elf Sekunden. Ready to go. Gut, ich fliege noch einmal zurück. Ah, da sind sie ja schon. Dann probieren wir gleich nochmal die Basis anzugreifen. Das geht da auch noch weiter. Hm. Das geht da auch noch weiter. Hm. 13 Plätze habe ich danach noch. Eine ist 10 groß. 10 habe ich dann noch frei, also 1 kann ich danach noch bauen. 10 habe ich dann noch frei, also 1 kann ich danach noch bauen. Ich bin gestern 1, 2, 3, 4, 5, oder ne, ich spiele 1, 2, 2 mal angegriffen. Und dann. Und dann. Hat das damals nicht geschafft. Hahahaha. Angriff fehlgeschlagen. Spion. Erkannt. Verteidigung. Fehlgeschlagen. Spion. Erkannt. Verteidigung. Spion. Erkannt. Okay, jetzt kommt der letzte. Da habe ich hier meine Verteidigung wieder zu 100% aufgebaut. Also in 10 Stunden. Zack. Das war's. Ah, in 15 Sekunden sind meine Schiffe wieder heile. Dann warten wir noch mal ein bisschen. Oh. Muss ich noch mal ganz viel nachreparieren. Eine halbe Stunde. Aber das ist ja nicht so schlimm. Jetzt. Die letzte. Kommt erstmal. Der hier dran. 2,8 Millionen. Angriff. Das ist mein stärkster Kommandant. Und die ist die beste bei Wolken. Ressourcen. Ressourcen. Wolken. Ressourcen. Wolken. Verteidigung. Angriff auf Spielern. Auf andere Spieler. Andere Spieler. Ich glaube, die war noch gut gewesen. PvE. Ja. Auf Piraten. Alles mitnehmen, was wir haben. Okay. Okay. Wie lange fliegen wir da runter? 30 Sekunden. Deinem. Willi. Du bist zähigin. Du bist zähigin. Maier. War. 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 Jawohl. Shit. Das freut mich. Dann schauen wir mal kurz. Reparatur. Welcher im Warp gelandet? Keiner. Ich weiß auch nicht wie die anderen da rauskommen aus dem Warp. Hier habe ich 2000 Schiffe drin. Aber ich weiß nicht wie ich die rauskriege. Schleunigen, reparieren. Warten wir noch mal 10 Sekunden. Ja, ist auch viel. Wie stark ist meine Angriffskraft gerade? Wo konnte man das sehen? Da. 11,1. Und das ist eine Angriffskraft von 150.000. Okay, das ist nicht so schlimm. Hoffe ich. Gut, gut, gut. Das war's denn. Noch ein Tag VIP-Ticket habe ich. Jetzt läuft hier einer. 2 Stunden 33 Minuten noch. Und was noch? Eine der Dinge läuft in 6 Minuten aus. Meine Dailies. Eine Stunde um 4 Minuten. 5 Uhr doch. Schade. Mist. Okay, das war's dann für heute. Ich sag mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich werde mein Ticket jetzt abholen. Denkt an das Gewinnspiel. Wenn ihr gewinnen wollt. Wenn ihr die Maus gewinnen wollt. Ich gewonnen habe. Ich kann's ja mal kurz einblenden nochmal. Wöchentliches. Da. Ich hab wieder gewonnen. Da gewonnen, gewonnen, gewonnen. Und da hab ich wieder gewonnen. Wo bin ich da? Da. Auf Platz 51. Gaming Maus. Oh. Ganz knapp vor der Drohne. Vielleicht über 52 gewesen. Und wo ist der PC? Auf 1. Ich war mal auf Platz 2 gewesen. Auch. Ärgerlich. Das war, glaube ich, der hier gewesen. Nein. Oder? Nee. Ich dachte. Auch nicht. Da. Da war ich auf Platz 2. Einmal hätte ich einen Computer gewonnen. Ärgerlich. Naja, egal. Die Maus, die ich gewonnen habe. Die wird die Tage irgendwann mal kommen. Da will ich mal schauen. Wenn sie da ist, wer hier reingeschrieben hat, dass er die Maus haben möchte. Und warum er mal in den Kanal schaut. Gewinnt dann die Maus. Wenn er in Deutschland lebt. Ansonsten tut's mir leid. Aber. Sonst wird der Versand nicht so teuer. Gut. Dann wünsche ich euch bis dahin viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.